Sieht du mich gut? Warte mal, ja, ich warte zurück, Moment. Jawohl, Servus. So Leute, ihr habt ja schon den ersten Teil gesehen, da habe ich eine Zange raus. Die habe ich jetzt schon entsorgt, ich war schon bei der Müllkippe, wir haben es jetzt recht spät. Ja, das muss man ja machen, wenn man es macht, weil man sollte es ja nicht rumliegen lassen. Man säubert ja im Prinzip mit so einem Magnet hier, und zwar die Flüsse, da sollte man eigentlich jeden Müll wegbringen, nicht liegen lassen. Ich fisch noch ein bisschen weiter, ich habe ja gesehen, diese neue Sachen, während ich weg war. Die schauen wir uns jetzt einfach mal an, wir werfen einfach mal rein, oder? Jawohl, wir werfen einfach mal rein. Seht ihr schon? Oh, was für ein Zufall, Jörg. Beim ersten Wurf, schau, eine Zange. Noch eine Zange. Oh, guck mal, mit Licht sieht man das besser, so was? Das sieht man jetzt sogar besser, wie die ausschaut, hier. Ist ja eine schöne Zange. Das ist sogar eine Nudelzange, ne? Das ist eine Nudelzange, vor allem war es eine Grillzange. Geil. Ja, oder? Sich alles gemacht haben. Wahnsinn, da schau. Ja, Wahnsinn. So, Leute. Hey, Pascal. Mit der ersten Wurf gleich mit Zange. Ja, ne? Boah. Lieber, es passt ja auch schon von vorhin. Das ist eine komische Gabel. Oh, mit dem zweiten Wurf. Boah, Leon. Oh, und gleich noch einen dazu. Oh, guck den an. Schau mal das Ding doch mal an, oder? Guck euch das Fisch mal an. Er leckt mich. Ja, geil. Wahnsinn. Da, schaut. Das Fisch mal an, ey. Das ist ein Oschi, Alter. Boah. Mit drei Stück, Alter. Wahnsinn. Das ist mal die Hände entfässernd, ne? Ja, genau. Na klar. Ja, die hat sie nicht weiß. Ja. Du auch nicht. Ja, boah, ist schon schlimm. Wir haben es ja nicht weit. Schauen wir mal, was er ja noch alles rauskriegt. Der Lern-Elektronik hier. Oh. Schafft er den dritten Fangen? Das ist der dritte. Hey. Drei Glückwunsch. Drei Erfolg. Ja, Wahnsinn. Boah, hast du aber ein Glück. Ja, ne? Aber noch mal so ein Teil. Noch mal so ein Teil. Ja, Wahnsinn. Da. Gut, Leon. Drei Glückwunsch. Das sind ja schon fast dieselben wie bei dir vorhin, oder? Ja, ne? Boah. Boah. Ey, Wahnsinn. Der Leon hat aber ein Glück, ey. Ein Glück hat er, ja. Ja, ja. Ein Glück hat er. Nix. Oh. Jetzt hat er mal was probiert. Oh, leck da war was. Da muss er nochmal hin. Schauen wir mal, ob da was dran hat hier, ne? Doch. Oder? Ne, wir fangen, ne? Fangen. Ja, Wahnsinn. Drei Züge, ey. Die muss ich noch echt waschen. Ja, meine wasche ich auch. Ja. Ich glaube, wir ziehen uns dann nächstes irgendwas anderes zum waschen kriegen. Ja, schauen wir mal. Was da noch los geht. Aber was da hin, auf jeden Fall. Ja. Darf ich aufs Kleinen? Jo. Fastens langsam. Setzt du fest? So fest, da bist du echt da reinkommen. Das ist was ganz schweres. Ich würde sagen, mal was. Cut, oder? Da geht es raus. Da war was. Da war was hier. Ja, da, was wieder. Da muss was sein. Das klingt so bis dahinter. Also, irgendwas sieht man, das sieht man schon. Ey, du hast was dran. Scheißegal. Das ging rein, richtig. Da sieht man jedes Mal so, irgendwas Silbernis da. Siehst du? Immer so hochschwimmen. Ab und zu mal. Alter, da muss was sein, das... Er ist da, ja, du siehst es doch. Ja, du hängst schon wieder. Ach Gott. Schade. 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 Oh, nee, da hast du was dran. Ich hab was dran. Der hat was dran. Ey. Ist das denn? Was ist das denn? Ach, Quatsch. Schau mal her. Ach, Quatsch. Weiß ich doch. Jetzt gehen wir zum Olli. Oder in der Zeit. Oder, mir geht mal. Super. Lest mal da hinten zu. Heute wissen wir auch, was ich schon gesagt habe. Zu dem Haufen da hinten. Am besten oder da. Meine Kamera ist gar nichts mehr. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hier? Ne, ich denke, was anderes. Also, wer es weiß, bitte. Also, da hinten ist irgendwas drin. Ich weiß aber nicht, wie wir das rausziehen. Da gibt auch ein Haufen Sachen von da hinten, ja. Ich denke auch, da ist meistens im Mittel drin. Ich halte mir in der Mitte. Oha. Oha. Oh. Ich kann mich weiter vorne. Hey, weiter vorne. Weiter vorne. Ja. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Äh, ne. Oh, da. Ja. Ja. Ja, aber nicht. Guck mal. Guck mal. Gehen wir zurück zum Leon, haben kurz was geholfen. Hey. Wie interessant ist da drin. Da ist was. Irgendwas hängt da unten. Aber das war eben leider von den Fallen gerade. Feierabend für heute. Wir haben noch was am Haken. Am Haken. Oh, leck du. Oh. Gleich zwei Sachen. Ach, Quatsch. Boah, das sind aber... Was ist das denn? Sind die denn zusammen? Ach so. Warte mal. Wie so alte Messer schneiden. Warte. Warte. Halt mal bitte. Da, wir gehen mal kurz zum Oli damit kurz. Wahnsinn, was ihr hier raus habt. Da haben wir den fetten Berg. Ja, machen wir auch. Warte mal. Da, wir zeigen euch noch den Berg, was wir vorhin die ganzen Nause haben hier. Also, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber auch, dass er alles rausfischt. Das ist Wahnsinn. Na wirklich, das ist Wahnsinn. Ich würde sagen, wenn wir in der richtigen Zähne hinnehmen. Da haben wir noch was. Ah. Ach Quatsch. Jetzt habe ich eine richtige Schraube gefunden. Ja. Da, Leon. Ja. Eine Schraube. Da, halt mal. Ich nehme euch. Ja, gleich. Und, halt mal bitte ganz kurz fest. Bitte. Das heißt, die Hände trocken. Ich war gerade im Wasser. Über die Hände. Und die waren so dreckig. Wahnsinn. Kannst du dir die nicht vorstellen. Wahnsinn. Da war es, was sie raus haben. Echt? Was kann? Ja. Nicht schlecht. Ja, von mir eigentlich. Ich habe gedacht, komm, die ist der Magnetfisch. Ja, er hat die Ding gehabt. Dann sind wir raus, ja. Ja. Aber da läuft. Jetzt machen wir das hier. Ja. Direkt nach dem Abendessen. Morgen, ja komm. Von Schematsch. Wie haben wir dich jetzt? Wie wär's denn? Wenn wir morgen weitermachen? Wir machen auch morgen wieder weiter. Nach dem Berg dann. Ja eben. Gehen wir wieder hierher. Olli hat dann eher am Abendzeit, glaube ich. Ja, stimmt, was wir arbeiten, ne? Ja, spät am Abend dann, wenn die daheim ist. Ja, das passt doch. Bis es dann dunkel wird, dann gehen wir hierher. Ja eben. Bis es dunkel wird, dann die kurze Zeit reicht. So achten, dann treffen wir uns drauf. Und hierher machen wir weiter? Eben. Ja, das passt doch. Na. Ja, hauptlich. Komm. Kurz vor neun. Das schaff schon. Gib her jetzt. Ganz schön. Warte, lass mich den... Müssen wir nämlich noch sauber machen. Ja, Moment. Das mach ich aber dann. Denk da hin erst doch mal. Lass nochmal liegen jetzt. So. Okay, Leute. Lass uns laufen. So. Gott sei Dank hab ich hier auf meinem Handy erlegt. Und zwar... Ja, Fertigmagnet gefischt. Und zwar mein Bruder probiert's nochmal. Ja, ich mach ihn mir jetzt halt nicht mehr dreckig. Ich mach morgen weiter. Und zwar... Ne, wir haben's jetzt glaube ich jetzt auch schon, glaube ich nach neun schon längst. Und zwar, wo's jetzt dunkel geworden ist. Weil... 20.30 Uhr... Ihr wisst das noch? Halb 10. Also jetzt wird das dunkel. Also... Dann passt das eigentlich. Dann passt das. Dann können wir dann morgen wieder her. Mal gucken, was da morgen hier liegt, oder? Ja, wir schauen mal ran. Und... Ja. Wir schauen, was hier morgen liegt. Ich reinige hier. Jetzt haben wir morgen hier die Flüsse. Magnetfischen. Wir gehen wieder an den Start. Der Olli holt von Magnetar neue Sachen. Und dann legen wir wieder los. Bis bald. Okay. Mach ich dann. Kommisch. Kommisch.